Willkommen zum Pilot-Podcast Profitabler Einkauf. Ich stelle dir vor, welche Themen du in Zukunft hier finden wirst. Profitabler Einkauf, der Podcast für alle Einkäufer und Verhandler in Unternehmen. Ich bin Urs Altmannsberger, Verhandlungsexperte und Trainer für Unternehmen und professionelle Einkäufer. Du suchst nach Impulsen und Tipps, um deine Verhandlungen vorzubereiten, durchzuführen und um noch mehr Savings zu realisieren? Dann bist du hier genau richtig. Mein Verhandlungsmotto? Mindestens 1% geht immer und meist kannst du noch viel mehr rausholen. Herzlich Willkommen zu deiner ersten Folge, dem Pilot-Podcast von Profitabler Einkauf. Verhandeln kann so leicht sein. Was bringt dir der Podcast? Wenn du Einkäufer oder Einkäuferin bist, dann führst du vermutlich Jahresgespräche mit Lieferanten, Projektverhandlungen, Preisgespräche, vielleicht sogar Reklamationsverhandlungen. Genau für diese Situation erhältst du hier Impulse, die dich verhandlerisch voranbringen, Tipps, wie du leichter verhandelst und auch psychologische Bausteine mit Verkäufern auf der menschlichen Ebene leichter umzugehen und vor allem Strategien, die sich in der Praxis bewährt haben. Dein Tagesgeschäft ist vermutlich stressig. Selten wirst du vor Feierabend gelangweilt am Tisch sitzen. Dementsprechend kommt die Pflege deines verhandlerischen Werkzeugs oft zu kurz. Im Training und Coaching habe ich mehr Zeit als im Tagesgeschäft, Verhandlungen zu beobachten und zu analysieren. Die Erkenntnisse daraus liefere ich dir hier in diesem Podcast. Teilnehmer meiner Trainings haben mich gebeten, ein Buch über Verhandlungstechniken im Einkauf zu schreiben. Und der Prozess des Buchschreibens ist sehr hilfreich, Erkenntnisse in eine klare Struktur einzureihen, Zusammenhänge verständlicher werden zu lassen. Auch davon profitierst du hier. Warum ich mein Wissen hier mit dir teile? Bei vielen Trainings und Trainern kaufst du die Katze im Sack. Durch die Podcasts lernen wir uns kennen. Und ja, ich habe die Hoffnung, dass wir uns dann in Zukunft in einem der Praxistrainings sehen. Auf www.altmannsberger-verhandlungstraining.de findest du neben den Terminen auch weitere Verhandlungstipps. Etwa in meinem Blog oder dem schriftlichen Verhandlertipp. Fazit Du erhältst hier gebündelte Informationen rund um die Verhandlungsführung. Damit kannst du deine Expertise, Kompetenz ganz einfach nebenbei erweitern. Das Medium Podcast finde ich ideal, um in Leerlaufzeiten, wie zum Beispiel während Autofahrten, Bahnreisen und in vielen anderen Situationen, ganz nebenher wertvolles Wissen aufzusaugen. Was sind die Themen der direkt anschließenden Folgen? Zum einen, die Lösung liegt im Kopf des anderen. So kommst du an das optimale Ergebnis. Oder auch, schätze deine Verhandlungsmacht realistisch ein. Und besonders interessant, Tipps von Verkäufern an dich. So wehrst du Preiserhöhungen ab. Einen Wunsch habe ich an dich. Schick mir bitte eine E-Mail. Gib mir darin ein Feedback, wie dir der Podcast gefällt und was ich vielleicht weiter optimieren kann. Gerne kannst du mir auch Themenwünsche und Fragen senden. Ich werde mich garantiert darum kümmern. So, jetzt stehst du am Start. Lass uns gleich mit dem ersten Thema in der ersten Folge loslegen. In diesem Sinne, gute Verhandlungen, nette Verkäufer und immer fette Savings. Dein Urs Altmannsberger Bis zum nächsten Mal. In dem nächsten Mal. Na, na 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 naino. Auf Wiedersehen. Wir gehen durch diese sanität. Vielen Dank.